Enorme Investitionskosten für die automobile Großserienfertigung erschweren den Markteintritt erschwinglicher, nachhaltiger Elektrofahrzeuge. Werkzeug- und Anlagenkosten übersteigen mehrere hundert Millionen Euro. Der 3D-Druck reduziert die Kosten für Werkzeuge und Vorrichtungen. Dabei erhöht eine Prozessüberwachung mittels präziser Messtechnik die Bauteilqualität. Zusammen mit einer automatisierten Konstruktion werden gedruckte Vorrichtungen so auch in der Kleinserie wirtschaftlich. Ein teures und unflexibles Montageband kann durch selbstfahrende Fahrzeugchassis ersetzt werden. Ein externes Kamerasystem manövriert die Fahrzeuge sicher zu den Montagestationen. Die freie Navigation der selbstfahrenden Chassis ermöglicht eine erhöhte Flexibilität. Eine zentrale Produktionssteuerung sorgt auch bei höchster Variantenvielfalt für eine effiziente Stationsauslastung. So werden Produktionskosten bei elektrischen Kleinserien erheblich reduziert.